Nachdenkseiten Die kritische Website Woke und Wirk Pseudo-Links ist nicht linksliberal Ein Kommentar von Tobias Riegel In der Debatte um Pseudo-linke und woke-Politik wird oft ein linksliberales Milieu beschrieben, das es gar nicht gibt. Die grünen Kriegstreiber und Corona-Hardliner, die die sozialen Fragen nicht stellen. Sie und ihre Gefolgschaft sind weder links noch liberal. Ein aktueller Gastbeitrag in der Zeit geht aber genau davon aus. Dadurch steht er beispielhaft für eine weit verbreitete Medienmarotte. Mit großer Sturheit wird auf falschen Annahmen beharrt. Daraus werden dann absurde gesellschaftliche Schlussfolgerungen gezogen. Die Zeit hat unter dem Titel Wöck einen Gastbeitrag der Literatursoziologin Carolin Amlinger und des Soziologen Oliver Nachtwey veröffentlicht. Die These, die Linksliberalen seien das neue Feindbild im politischen Diskurs. Ihre Kritiker würden nun eine publizistische Infrastruktur des Anti-Links-Liberalismus aufbauen. Weil der Artikel einige Verbreitungen findet und weil in ihm einige Probleme der aktuellen politischen Kommunikation, etwa die Begriffsumdeutung von rechts und links, besonders deutlich werden, gehen wir hier darauf ein, beispielhaft für viele andere Beiträge zum Thema. Dass man nicht genau weiß, von wem im Text die Rede ist, das macht es den Autoren einfach, rhetorisch zu manövrieren. Bezieht sich Linksliberalismus auf dessen historische Ausprägungen, auf die sozialliberale Koalition ab 1969, auf die heute in den USA gebräuchliche Definition des Liberals? Oder sind mit dem Modebegriff einfach gemäßigte Linke gemeint, was immer das heute noch aussagt? Das linksliberale Milieu ist weder links noch liberal. Unabhängig davon, wie man den zentralen Begriff des Textes auslegt, ist sicher, das dort beschriebene Milieu ist weder links noch ist es liberal. Grün ist das neue Rechts, wie Hannes Hofbauer kürzlich beschrieben hat. Dieser Befund wird aber von fast allen großen Medien vernebelt. Es wird einfach darauf beharrt, dass der grüne Zeitgeist als links zu gelten hat. Dabei ist es hilfreich, dass das Wort links längst durch Umdeutung seiner klassischen Bedeutung beraubt wurde. Dass auch die Bedeutung des Begriffs liberal verändert wurde, das hat die FAZ beschrieben. Zitat Die Paradoxie wird nicht mehr wahrgenommen, weil auch liberal mittlerweile einen klammheimlichen Bedeutungswandel durchlaufen hat. In Verbindung mit links bezeichnet es keine freiheitliche Gesinnung mehr, sondern nur noch eine distanzierte Haltung zum Antikapitalismus der klassischen Linken, gekoppelt mit einem Habitus, der Offenheit suggeriert, aber Meinungsfreiheit oft genug im Sinne Mark Twain's versteht. Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen, vorausgesetzt, die meinen dasselbe wie wir. Zitat Ende Die Wirkung der durch die Grünen dominierten Regierungspolitik ist bekannt und niederschmetternd. Ein Wirtschaftskrieg mit potenziell fatal sozialen Folgen für die deutschen Bürger, eine radikale und brandgefährliche Parteinahme in einem Krieg, der nicht der unsere ist, ein Verrat am Umwelt- und Klimaschutz, die Ignoranz gegenüber der sozialen Frage, die Dominanz der Militaristen, die Unterwerfung und dafür Europa zerstörerische US-Interessen, die Diffamierung von Regierungskritikern und so weiter. All das ist nicht links. Wer aber dagegen eintritt, der wird heute, wie man weiß, als rechts dargestellt. Woke Politik als Ablenkungsmanöver von Krieg und Sozialem Gegen viele Aspekte woker Politik ist nichts zu sagen. Initiativen gegen Rassismus sind prinzipiell gut. Das Problem ist die Überbetonung und die tarnende Wirkung, die davon ausgeht. Man kann heute schlimme politische Dinge anstellen, von Kriegstreiberei bis zur Zensur, solange man nur in Regenbogenfarben daherkommt und die richtigen Phrasen zur Pluralität im Mund führt. Verniedlichung und Entpolitisierung nutzt auch der Zeitbeitrag. Wer wollte der folgenden unschuldigen Gruppe schon fragwürdiges Verhalten unterstellen? Dass sie gleichzeitig Russenhass, Waffendieferungen und einer für benachteiligte Bürger und die Umwelt potenziell fatalen Wirtschaftspolitik anhängen, könnte dabei untergehen. Zitat In diesem Text geht es um eine gefährliche Gruppe. Ihre Mitglieder fahren Lastenfahrräder, bei ihnen kommt nur Bio- und fair gehandelt in den Jutebeutel. Sie tragen gerne Funktionsjacken, quälen ihre Kinder mit Holzspielzeug und wollen allen anderen den Spaß am Leben verderben. Zitat Ende Außerdem Der hierzulande durch Wirtschaftskrieg, Aufrüstung, US-Unterwerfung und Klimapolitik abfließende Wohlstand geht ja nicht zu den Bedürftigen dieser Welt. Was soll also daran links sein, wenn nur noch mehr Geld aus der deutschen Volkswirtschaft zu internationalen Konzernen fließt? Die angekündigte grüne Verarmung, die unter anderem in einem verlinkten Kommentar verteidigt werden soll, ist also in keiner Hinsicht eine soziale Tat, sondern sie wirkt im Gegenteil reaktionär, weil der abfließende Wohlstand zu Superreichen geht, er dann aber potenziell im Sozialsystem hierzulande fehlen könnte. Die Forderungen nach sozialen Kürzungen werden bald zunehmen. Angeblich zentrale linke Forderungen, Gendern, Transrechte, Fleischverzicht Werden in diesem Absatz etwa die zentralen linken Inhalte beschrieben? Eine neue Koalition entsteht, die sich auflehnt. Gegen Gendern, Klimaproteste, Transrechte, Fleischverzicht in der Kantine und Einschränkung des individuellen Pkw-Verkehrs. Das Feindbild, das viele Menschen vereint, die sonst wenig miteinander gemein haben, ist dabei eindeutig zu erkennen. Der Linksliberalismus. Wir fassen zusammen. Laut dem Kommentar, und ich denke, diese Einstellung ist inzwischen auch bei vielen normalen Bürgern erschreckend weit verbreitet, bedeutet linksliberal also irgendwie links folgendes. Gendern, Klimaproteste, Transrechte, Fleischverzicht in der Kantine und Einschränkung des individuellen Pkw-Verkehrs. Der Text bekräftigt und illustriert über weite Strecken und mit wenig Einschränkungen genau das, was er entkräften möchte. Den Eindruck, dass der pseudolinke Zirkus von viel relevanteren Themen ablenken soll. Ich persönlich lehne die Gendersprache voll und ganz ab, aber das ist selbstverständlich nicht meine zentrale Kritik an der Regierung oder dem grünen Zeitgeist. Die zentrale Kritik richtet sich zu allererst und unter vielem anderen gegen zusätzliche soziale Verarmung benachteiligter als mögliche Folge der grünen Sanktions- und Wirtschaftspolitik und gegen die radikale und gefährliche Kriegstreiberei in Wort und Tat. Dazu kommt noch das Verhalten von grünen und anderen pseudolinken-Corona-Hardlinern, die es versäumt haben, sich den Auswüchsen dieser grotesken Politik entgegenzustellen. Das Verhalten vieler pseudolinker bei Corona hat einer bereits angeschlagenen parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken einen harten Schlag versetzt. Ein weiterer Schlag erfolgt aktuell durch die Haltung des pseudolinken-Flügels zur NATO. Die Partei Die Linke hat gute soziale Forderungen im Programm, aber nach außen wird das dadurch überdeckt, dass von einigen lauten Akteuren Identitätspolitik massiv in den Vordergrund gedrängt wurde. Auch wegen des schrillen Verhaltens von Teilen der parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken wurde links mancher Ort schon fast zum Schimpfwort, auch für manche politisch Vernünftige, die sich selbst als politisch links definieren. Dass das Verhalten vieler pseudolinker in unverantwortlicher Weise die AfD stark macht, ist längst bekannt. Man sollte aber das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten. Die Kritik am Verhalten mancher pseudolinker sollte auf keinen Fall zur allgemeinen Verdammung auch der guten, klassischen linken Forderungen führen, vor allem auf sozialer, friedens- und wirtschaftspolitischer Ebene. Kritiker der ablehnenden Überbetonung von Identitätspolitik beschreibt die Zeit und sinngemäß viele andere Medien so. Diese Neo-Dissidenten würden sich als Ausgestoßene präsentieren. Momentan entstehe eine publizistische Infrastruktur des Anti-Links-Liberalismus. Die diskursiven Räume einer Anti-Links-Liberalen-Dissidenz, die vermeintlich verstoßenen Intellektuellen, die Anti-Links-Liberale-Matrix, all das sei eine Koalition der Grollenden. Sogar die Nachdenkseiten werden von den Autoren in diese grollende Querfront-Koalition eingeordnet. Dabei beschreiben die Autoren auch selber, wie alles Linke und alles Liberale aus dem Links-Liberalismus entfernt wurde. Trotzdem bleiben sie stur bei dem irreführenden und völlig entleerten Begriff. Zitat Der heutige Links-Liberalismus ist nicht mehr pazifistisch. Ehemals Friedensbewegte lassen keine Gelegenheit aus, mehr militärische Aufrüstung zu fordern. Und war der alte Sozialliberalismus noch dezidiert marktkritisch, sind Teile des Links-Liberalismus der Gegenwart vergleichbar mit dem Hinweis auf eine Lebensmittelverpackung, kann Spurenelemente von Sozialpolitik enthalten. Aus der vierschichtigen, mit der sozialen Frage verknüpften Emanzipationsperspektive diskriminierter Gruppen ist eine verengte Diversitätspolitik geworden. Zitat Ende Das Eintreten für den Erhalt von hart erkämpften Errungenschaften, sozial und bezüglich der individuellen Freiheit, die eben nicht die FDP-Freiheit für Konzerne bedeuten darf, wird zum reaktionären Verharren erklärt. Und die Folgen der Regierungspolitik werden als sozialer Wandel verniedlicht, also indirekt zur angeblich unabänderlichen höheren Gewalt umgedichtet, auch das ist heute weit verbreitet. Zitat Was die antilinksliberale Koalition so subversiv und letztlich gefährlich macht, ist ihr überschießendes Ressentiment. Nicht der Linksliberalismus erschüttert diese Tugenden, sondern die Kritik an ihm hat eine illiberale Drift. Konfrontiert mit den Widersprüchen des sozialen Wandels fordern die Kritiker, dass alles so bleiben soll, wie es früher einmal war. Fazit Wir müssen uns unsere Begriffe zurückerobern. Oder wir müssen neue finden. Denn es ist gelungen, die politische Kommunikation durch Umdeutungen in ein verwirrtes Labyrinth und einen hysterischen Zirkus zu verwandeln. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.